Viel schneller geht es nicht auf dem Wasser. Das Rip von Revolt, also das Rigid Inflatable Boat, schiebt mit fast 1300 PS nach vorn. Auf Flachwasser reicht das für über 120 Stundenkilometer. Aber auch schwere See kann dem rigiden Schlauchboot nichts anhaben. Die schnellen Seeleute an Bord werden speziell geschützt, wie zu erwarten war, für über 120.000 Euro. Das ist ein Bounce, schockabsorbierendes Cockpit. Es hat vier Dämpfer auf jeder Seite, was großen Komfort bietet bei hohen Geschwindigkeiten auf rauer See. Alle Stöße werden also gedämpft und man sitzt trocken, auch gut bei Regen oder Gischt. Alles wunderbar für die Gesundheit. Solche Wellen gehen voll in den Rücken. Unterwasser ist der Seabob das Maß der Dinge. Eine Stunde läuft der Elektromotor des ca. 8000 Euro teuren Torpedos und zieht eine Person mit bis zu 20 Stundenkilometern durchs kühle Nass. Inzwischen kooperiert die Firma mit Komplettproduktion in Bad Salzuflen mit vielen Luxusjachtwerften. Das Spielzeug darf auf keiner Megajacht fehlen und fällt dort preislich kaum ins Gewicht. Das wurde in Zusammenarbeit mit Porsche Engineering entwickelt und wird auch komplett in Deutschland hergestellt. Also jede Schraube wird von Hand angezogen, kann man sagen. Das Seabobfahren ist kinderleicht, weil man den Seabob komplett mit seinem Körpergewicht steuert. Und der Seabob hat Leistungsgänge. Das heißt, wenn mir das zu anstrengend wird, kann ich auch den Leistungsgang runterschalten. Und es ist nicht mehr so anstrengend und es ist nur noch ein entspanntes Dahingleiten. Die Entdeckung der Langsamkeit dürfen Seebären auf diesem Hausboot erleben. Individuell gestaltbare 50 Quadratmeter auf einem Stahlrumpf. Ab 250.000 Euro geht's los. Topspeed? Eher ein Tuckern. Aber dafür fast garantiert herrlich entspannend. Bistach, die Schraube ist mit der Stahlgeistung.